Wie viele Amerikaner rauchen Zigaretten? Ungefähr jeder fünfte Amerikaner, der älter als 18 Jahre ist, raucht Zigaretten. Die Zahl der Amerikaner, die rauchen, nahm zwischen 1965 und den späten 2000er Jahren dramatisch ab, von etwa 45% auf etwa 19% der Amerikaner, die im Jahr 2010 rauchten. In den 2000er Jahren verlangsamte sich die Abnahme der Raucher, allerdings von 2009 bis 2010 dort war ein Rückgang von etwa 1%, verglichen mit einem Rückgang von 5% zwischen 1990 und 2001. Weitere Fakten zum Rauchen In den Regionen der Welt, in denen der höchste Prozentsatz an Menschen raucht, handelt es sich um Ostasien und den Pazifikraum, wo zwei Drittel der erwachsenen Männer rauchen, nur etwa 8% der amerikanischen Raucher gelten als starke Raucher, diejenigen, die täglich mehr als 30 Zigaretten rauchen. Ungefähr 20% der amerikanischen Raucher rauchen weniger als 10 Zigaretten pro Tag, etwa 25% aller Todesfälle aufgrund von Herzkrankheiten stehen im Zusammenhang mit dem Rauchen, ebenso wie etwa 65% aller Fälle von chronischer Bronchitis.